Dülmen ist eine mittlere kreisangehörige Stadt im nordrhein-westfälischen Kreis Kösfeld und liegt zwischen Münster und dem Ruhrgebiet. Sie hat mit ihren rund 46.000 Einwohnern den Status einer kleinen Mittelstadt und ist damit und mit einer Fläche von etwa 185 Quadratkilometer sowohl Einwohner, als auch flächenmäßig größte Stadt im Kreis Kösfeld. Dülmen verfügt über ein großes Radwandernetz, was es zu einem Ausflugsziel insbesondere für das nahe Ruhrgebiet macht. Dülmen ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. Eine größere Bekanntheit hat Dülmen durch die Dülmener Wildpferde und die Mystiker in Anna Katharina Emmerich. Geografie Dülmen liegt im zentralen Münsterland am Naturpark Hohe Mark West Münsterland zwischen den Baumbergen mit der jenseits davon befindlichen Stadt Münster im Nordosten, den Borkenbergen im Süden und der Hohen Mark im Südwesten. Ein paar Kilometer südlich fließt bei Haltern die Lippe, östlich verläuft der Dortmund-Ems-Kanal. An der südwestlichen Stadtgrenze bei Haus Dülmen beginnt der Kreis Recklinghausen. Ausdehnung des Stadtgebiet-Stadtgliederung zur Stadt Dülmen gehören fünf Ostteile und zwei Stadtbezirke. Die fünf Ostteile von Dülmen sind im Uhrzeigersinn gesehen im Norden Ruhrup, im Nordosten Bouldern, im Osten Hildingsel, im Südwesten Haus Dülmen und im Nordwesten Meerfeld. Die beiden Stadtbezirke von Dülmen sind Mitte und Kirchspiel. Der Bezirk Mitte umfasst die eigentliche Stadt. Der Bezirk Kirchspiel umfasst die umliegenden Bereiche und die Bauerschaften Bernste, Daldrup, Dernerkamp, Leuste, Mitwig, Emte, Röder, Werdern und Welt. Die Stadt grenzt an folgende Städte und Gemeinden. Sie werden im Uhrzeigersinn beginnend im Süden genannt. Haltern am See, Regen, Kösfeld, Nordhulen, Senden, Lüdinghausen. Geschichte Das Münsterland mit der Region um Dülmen war einst vom Germanen Stamm der Bruckdara in Einzel- und Meergehöften besiedelt. Einer davon war der Haupthof. Nach der fränkischen Okkupation und der christlichen Missionierung erfolgte eine politische und kirchliche Verwaltungsherrschaft, wobei um 800 der Haupthofe der späteren Bauerschaft Dülmen in kirchlichen Besitz überging. Erstmals wird die Bauerschaft Dülmen urkundlich als Dülmeni im Jahre 889 im Heberegister des Klosters werden abgabepflichtig erwähnt. Südwestlich des Dorfs Dülmen begannen 1115 die Arbeiten für den Bau der landesherrlichen Burg Haus Dülmen. 1299 Brandschatzte Graf Eberhati. Von der Magd des Dorf in der Folgezeit wurde es mit Wall und Graben gesichert. Seit 1305 befand sich nahe dem Ostrand der Siedlung vor dem späteren Lüdinghauser Tor eine landesherrliche Gerichtsstätte, das Go-Gericht zur Greinkuhle. Die Stadtrechte wurden am 22. April 1311 durch den Fürstbischof von Münster, Ludwig II., verliehen. Zu diesen Rechten gehörte neben einer beschränkten Selbstverwaltung das Marktrecht. Die Pfarrkirche Sankt Viktor wurde 1323 zur Stiftskirche erhoben. Dem Stiftskapitel gehörten schließlich zwölf Kanoniker an. Senior des Kapitels war der Deschong. Von 1328 bis 1808 lenkten zwei jährlich gewählte Bürgermeister die Geschicke der Stadt. 1404 erwarben der Bürgermeister und der Rat der Stadt das Grundstück für den Bau des Rathauses. Ab 1414 fanden Amel Hilfe und Aufnahme im Heiliggeist Spital. Von 1424 bis 1803 war die weltliche Herrschaft im Bistum Münster in zwölf Hemter aufgeteilt, von denen eines das Amt Dülmen war. Es umfasste die Städte Dülmen und Haltern sowie die Kirchspiele Dülmen, Boldern und Hullern. 1434 wurde nach einer gemeinsamen Vereinbarung zwischen Stiftskapitel und Stadt ein Lehrer angestellt. 1457 eröffneten Augustinerinnen aus Münster nahe dem heutigen Nornenturm einen Konvent namens Agnittenberg. Dülmen wurde im Jahre 1470 Mitglied der Hanse. In Wedern wurde ein 1476-77. mit der Karthause Marienburg die einzige Niederlassung der Karthäuser in Westfalen gegründet. 1498 verzeichnete die älteste Einwohnerliste 288 Haushaltungen und 780 über zwölf Jahre alte Personen. 1507 schlossen sich zur besseren Nutzung der gemeinsamen Marken innerhalb der Stadt fünf Straßengemeinschaften zusammen. 1538 wurden Todesurteile an drei Täufern vollstreckt. 1566 bekam das von der Pest geplagte Dülmen von der Stadt Münster Lebensmittel. 1579 kamen an Seinkt Viktor die Restaurierungsarbeiten an dem um 1500 errichteten Hochchor zum Abschluss. Der Landesherr ließ 1581 einige Juden festnehmen, die sich ohne seine Genehmigung in Dülmen angesiedelt hatten. 1583 wurden während des Spanisch-Niederländischen Kriegs die Bürgerschützen neu organisiert und die Befestigungsanlagen verstärkt. 1591 wurde Dülmen von Spaniern und Niederländern gebrannt schatzt. 1601 erhielt die St. Viktor Kirche einen Turm mit hochaufragendem Helm und gotischer Galerie. Im Dreißigjährigen Krieg musste Dülmen 1623 kaiserlichen Truppen seine Tore öffnen, Die seit 1311 währende städtische Selbstverwaltung fand damit ihr vorläufiges Ende. 1628 wurden innerhalb von vier Wochen zwei Frauen als Hexen verbrannt. 1629 erscherte eine Feuersbrunst nahezu ein Drittel der Stadt ein und beschädigte Mauern und Tore. Im Verlauf eines einzigen Jahres wechselte Dülmen 1635 zwanzig mal die militärische Besatzung. Nach einer langen und harten Besatzungszeit räumten die hessischen Söldner 1651 endgültig den Ort. Die Folgen von 30 Kriegsjahren waren 1670. 123 Häuser verwüstet, 79 wurden von einem bewohnt. Vor dem Lüdinghauser Tor entstand 1679 die Kreuzkapelle als Andachtsstätte für die Bewohner von Stadt und Land. Eine über Dülmen verkehrende Fahrpost von Münster nach Köln nahm 1723 ihren Betrieb auf. Johann Heinrich Schücking errichtete 1752 eine Kornbrennerei, die 1828 um eine Dampfmühle erweitert wurde. Im Siebenjährigen Krieg ließ der französische Befehlshaber Subise 1761 einen Großteil der Stadt Mau niederlegen. Nach der Aufhebung des Fürstbistums Münster 1803 wurde das ehemalige Amt Dülmen für drei Jahre eine reichsunmittelbare Grafschaft der aus dem französisch-belgischen Grenzgebiet stammenden Herzöge von Kreu. Bei der Eingliederung des Münsterlands in das französische Kaiserreich 1811 löste Napoleon das Stiftskapitel an der Pfarrkirche Sankt-Viktor und das Kloster an Gnittenberg auf. Als neuer Landesherr überwies der König von Preußen 1816 Dülmen an den Kreis Kösfeld innerhalb der Provinz Westfalen. 1824 starb hier nach zwölfjährigem Leiden die stigmatisierte ehemalige Augustinerinnen-Nonne Anna Katharina Emmerich. Als erste Kunststraße wurde die von Napoleon begonnene Straße Weselhaltern Dülmen-Münster 1828 teilweise fertiggestellt. Die mit dem Bau des Herzog von Kreuschenschlosses beauftragte Firma Alois Kirschner verlegte ihren Sitz 1834 von Havigsberg nach Dülmen. Als erster Fabrikbetrieb während der Industrialisierung entstand 1842 die Eisenhütte Prinz Rudolf. Während der Märzrevolution 1848 kam es zu einem Ausbruch sozialen Protestes. Tagelöhner und kleine Handwerker aus Stadt und Umland demolierten einige Räume des Schlosses. Danach warfen sie Kaufleuten und Beamten die Fensterscheiben ein, plünderten deren Lebensmittelvorräte sowie Alkoholiker. Die evangelische Gemeinde, die im Jahre zuvor ihr Gotteshaus erbaut hatte, wurde durch Konsistorium und Regierung 1857 zu einer selbstständigen Kirchengemeinde erhoben. Die neue Synagoge der jüdischen Gemeinde befand sich seit 1863 ebenfalls an der Münsterstraße. Der Bau der Eisenbahnlinie Essen-Münster erschloss die Stadt 1870 für den Schienenverkehr zwischen Ruhrgebiet und Nordsee. An der Lüdinghauser Straße nahm Meier-Bendix 1873 eine mechanische Weberei mit zunächst 100 Stühlen in Betrieb. Durch die Eröffnung der Linie Dortmund-Gronau wurde Dillmann 1875 Eisenbahn-Knotenpunkt. Stadtverordnetenversammlung und Magistrat übertrugen den neu gegründeten Stadtwerken 1897 die zentrale Versorgung mit Gas und Wasser. Die alte Lateinschule bzw. die Rektoratschule des 19. Jahrhunderts wurde 1912 zu einem Gymnasium ausgebaut. Trotz vieler Widerstände gelang es 1936 die Kirche Heiligkreuz als zweite katholische Pfarrkirche zu errichten. In der Reichskristallnacht ließen Angehörige der SA die Synagoge der jüdischen Gemeinde in Flammen aufgehen. Während des Frankreich-Feldzuges fielen 1940 erstmals Bomben in der Nähe der Stadt. Ziel war das unterirdische Treibstofflager der Luftwaffe im Osthofer Wald. Die letzten Angehörigen der jüdischen Gemeinde, zehn ältere Menschen, wurden 1941-1942 still in den Osten abtransportiert und schließlich in einem Konzentrationslager ermordet. Im Zusammenhang mit dem Niederrhein-Übergang der alliierten zerstörten Bomberverbände kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges die gesamte Innenstadt. Der zügige Wiederaufbau der Wohn- und Arbeitsstätten erreichte bei der Übergabe des neuen Rathauses 1956 einen festlich biegenden Höhepunkt. Dülmen schloss mit der nahe Schale will gelegenen französischen Stadt Mezires 1963 eine Partnerschaft. Durch die Stationierung des Artillerieregiments 7 der Bundeswehr in der St. Barbara-Kaserne wurde das wirtschaftlich aufstrebende Dülmen 1966, Garnisonenstadt. Durch die Errichtung des Sondermunitionslagers Dülmen auch Standort von Atomwaffen. In Folge der Gebietsreform verloren die ländlichen Gemeinden 1975 ihre Selbstständigkeit. Das vergrößerte Stadtgebiet umfasste die Gemeinde Boldern mit Heddingsel, das Amt Dülmen mit der Gemeinde Kirchspiel und Meerfeld sowie die Gemeinde Rorup und Teile der Bauerschaft Limmergen des Amtes Rorup. Mit der Fertigstellung der A43 Wuppertal-Münster erhielt Dülmen 1981 Anschluss an das Autobahnnetz. 1983 verlieh die Stadt dem britischen Feldzeugdepot das Ehrenstadtrecht. Nach der Öffnung der innerdeutschen Grenze Schlossendülmen und Färbelin in Brandenburg 1990 eine Städtefreundschaft. Nach der Halbierung der Mitarbeiterzahl der Textilspinnerei und Weberei Paul Bendix in der Strukturkrise 1966 67. sowie einer Produktionsumstellung. Auf Streichgarn wurde der Betrieb 1993 eingestellt. Damit endeten 120 Jahre Firmengeschichte und die ehemals wichtigste Erwerbssparte der Dülmener Wirtschaft hörte auf zu bestehen. Mit dem Abzug der in Dülmen stationierten Bundeswehrenheiten 2003 endete die Geschichte der Garnison. Am 1. April 1930 wurde Haus Dülmen in die Gemeinde Kirchspiel Dülmen eingegliedert. Am 1. Juli 1969 wurde Hildingsel mit der Gemeinde Boldern vereint. Am 1. Januar 1975 wurden die bis dahin selbstständigen Gemeinden Boldern, Kirchspiel Dülmen, Mehrfeld und Rorup in die Stadt Dülmen eingegliedert. Im Zweiten Weltkrieg wurde Dülmen zu gut 90% zerstört. Nach dem Krieg erlebte Dülmen einen raschen Aufschwung. Von den etwa 5000 Einwohnern nach dem Krieg wuchs die Bevölkerungszahl bis 1973 auf über 20.000. Politik 1. Grüne 1984 und 1989, Grüne 1994 und 1999, 2004, Gall, 3,1% B90 Grüne, 2009, B90 Grüne, 4,4% Gall, 2014, B90 Grüne 2 1975, zusätzlich DZP 3 1999, zusätzlich DMP 4 2004, zusätzlich ÖDP. Elisabeth Stremlau wurde bei den Kommunalwahlen 2009 mit 12.359 Stimmen zur Bürgermeisterin gewählt und löste damit nach zehn Jahren Jan Dirk Püttmann ab. In der konstituierenden Stadtverordnetenversammlung vom 29. Oktober 2009 wurden Annette Holtrup, Hugo Ruthmann sowie Klaus Joachim Tschak zu den Stellvertretern von Bürgermeisterin Elisabeth Stremlau gewählt. Die stellt in der laufenden Wahlperiode 2009 bis 2014 Dekasekunden erste Mal in der Stadtgeschichte Dülmens einen ehrenamtlichen Bürgermeister, Bürgermeister seit 1945 bis 1999 waren die Bürgermeister ehrenamtlich tätig und wurden durch die Stadtverordnetenversammlung gewählt. Die ersten Bürgermeister waren 1328 Lamp von Hildingsel und Gottfried Gentrake. Wappenblasonierung Es kam um die Jahrhundertwende vom 16. zum 17. Jahrhundert erstmals auf und wurde auf Ende des 16. Jahrhunderts in Dülmen geprägten Kupfermünzen verwendet. In das städtische Siegel nahm man das Wappenbild dann Anfang des 18. Jahrhunderts auf. Wahrscheinlich entstammt das Kreuz dem Wappenschild der Stadtpatron Sankt. Viktor. Er ist auf einem Reitersiegel des Dülmener St. Victor Stifts aus dem 14. Jahrhundert mit einem solchen Schild dargestellt. Die Farben Blau in Gold wurden schon 1848 als altüberliefert angegeben. Die Stadtfarben sind gelb-blau. In der Stadtflagge spiegeln sich die Stadtfarben gelb in der linken Hälfte und blau als Längsstreifen im Verhältnis 1 zu 1 wieder. Auf der linken Seite ist das auch im Wappen geführte Kleeblattkreuz zu sehen. Das Banner ist entsprechend gestaltet und zeigt das Kleeblattkreuz in der oberen Hälfte der gelben Bahn. Dülmen unterhält seit 1963 eine Städtepartnerschaft mit Charles-le-Ville-Mézires, der Hauptstadt des französischen Departements Aden. Seit 1990 besteht eine Städtefreundschaft mit der brandenburgischen Gemeinde Fairbillen. Kultur und Sehenswürdigkeiten. Siehe auch. Liste der Baudenkmäler in Dülmenhaus Osthoff. Jüdischer Friedhof. Remise des 1945 zerstörten Schlosses bis 2006 von der Musikschule genutzt, im Mai 2007 zugunsten eines Parkplatzes abgerissen. Von der alten Stadtbefestigung, zu der fünf Tore und mindestens vier Türme gehörten, stehen noch das Lüdinghauser Tor, welches als Wahrzeichen Dülmenz dient, der Lorenkenturm und der Nonnenturm. Die anderen Tore spiegeln sich nur noch in den Namen einiger Gaststätten oder Straßen wieder. Die Türme Budenturm und Tibaturm sind nicht erhalten. Zu den älteren erhaltenen Bauwerken zählen auch die nach Viktor von Xanten benannte älteste Dülmener Kirche Sankt. Viktor, die bereits im Jahr 780 gegründet wurde. Die zweite katholische Kirche Heiligkreuzkirche wurde in den Jahren 1936 bis 1938 erbaut. Weitere Bauwerke, Haus Osthoff, Emmerik-Gedenkstätte, die Spierka, große Teichsmühle, Kreuzkapelle, Landwehr, Pfarrkirche Sankt, Georg, jüdischer Friedhof Dülmen. Das Stadtarchiv der Stadt Dülmen bewahrt vor allem schriftliche und audiovisuelle Zeugnisse der Zeit auf, die für die Geschichte der Stadt von Bedeutung sind. Im Bestand des Archivs sind beispielsweise Urkunden und Zeitungen, aber auch Fotos und Postkarten, die Dülmen zu unterschiedlichen Zeiten zeigen. Der Lesesaal steht auch interessierten Privatpersonen oder Schülergruppen offen. Das Stadtarchiv befindet sich im Souterrain der Hermann-Leser-Schule. Ein weiteres Archiv ist das Herzog von Kreuzsche Archiv, welches sich im Gebäude der Herzog von Kreuzchen Verwaltung befindet. Das Spektrum der Vereine und Gruppen, die Musik machen, ist groß. Es reicht von Chören und Musikkapellen bis zu Rock und Irish-Vog-Musik. Chorgemeinschaft Dülmen 1905 E, Dülmener Sängerchor Loreley E, Matrigalchor Dülmen E, MGV Germania Boldern 1887 E, MGV Sängerbund 1888 E, V, Dülmen, Rockdiele Dülmen E, Erb, Jugendblasorchester der Stadtkapelle Dülmen E, Medium Big Band E, Stadtkapelle Dülmen E, Blasmusik 09, Spielmannszüge Spielmannszüge Spielmannszug Bouldern 1932 E, Fanfarenzug 1978 Bouldern E, V, Kantoreiseinkt, Josef. Der Dülmener Wildpark als der mit 250 Hektar größte Dülmener und auch überregional bekannte Park existiert seit 1860 dem Jahr des Landerwerbs und hat seinen Ursprung im ehemaligen Gut Hinderking, welches seit 1341 existierte. Ursprünglich war das Gelände als Landsitz für den Herzog von Creu gedacht. 1864 wurde durch den Besitzer Alfred von Creu der englische Landschaftsarchitekt Edward Milner mit der Gestaltung beauftragt, der das 120 Hektar große Gelände mit Teich, Holzbrücke, Wiesen und Baumgruppen plante. Die Ausführung erfolgte durch den Gärtner Charles Barnard, der ebenso Einfluss auf die Gestaltung nahm. In den folgenden Jahren wurde der Park erweitert. Der Wildpark ist über den sogenannten parallel entstandenen Vorpark mit dem ehemaligen Standort des Schlosses verbunden, von dem heute nur noch die alten Stallungen existieren. Der Grundstein zum Schloss wurde 1834 von Alfred von Creu gelegt. Zum Schloss gehörte der Schlossgarten, der 1861 zu einem Landschaftsgarten umgebaut wurde. Das Schloss wurde in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs zerstört, wobei die Trasse der Halterner Straße die westliche Fassade des Schlosses schneidet. Der Garten stellt heute den Schlosspark dar, der Ruhe und Spielmöglichkeiten bietet. Weitere Parks sind der Bendixpark, der Hochzeitspark an der Lehmkuhle, der Park an den Wiesen oder der Vorpark, Wildpark, Schlosspark, Bendixpark, Skulpturen im Bendixpark, Vorpark, Dülmener Wildpferd, Wildpferde im Meerfelderbruch. Beim Dülmener Wildpferd handelt es sich um eine Kleinpferderasse, die überwiegend in Dülmen im Meerfelderbruch, einem rund 350 Hektar großen Naturschutzgebiet, lebt. Dort gibt es ca. 300 Wildpferde. Auf der im Meerfelderbruch liegenden Wildpferdebahn werden jedes Jahr traditionell am letzten Samstag im Mai die einjährigen Hengste aus der Erde gefangen. Kirchen St. Victor Kirche, Heiligkreuz Kirche. Von zentraler Bedeutung ist die katholische St. Victor Kirche, die als älteste Kirche in der Innenstadt Dülmens liegt. Weitere Kirchen, Evangelisch, Christus Kirche, Freikirche, Gemeindehaus der Evangelischen Freikirche Dülmen e. V. Katholisch, Sankt, 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 Agatha, Kapellenkreuzkapelle an der Lüdinghauser Straße. Katholische Kapellen sind Kreuzkapelle an der Lüdinghauser Straße, Marienkapelle neben dem Haus Wissbeck, Kapelle Sankt, Michael, Kapelle Sankt, Johannes Nepomuk. Zudem befindet sich am Haus Meerfeld noch eine Kapelle sowie eine Reihe kleinerer Kapellen und Betstationen rund um Dülmen. In Dülmen befinden sich Versammlungsräume der Neuapostolischen Kirche und der Zeugen Jehovas. Naturschutzgebiete Landschaft im Meerfelderbruch Im Meerfelderbruch, einem weitläufigen Wald, Moor und Heidegebiet, findet sich die einzige Herde von freilebenden Wildpferden in Europa. Nahe Dülmens befinden sich zudem Naturschutzgebiete wie die Welterbach oder Teiche in der Heubachniederung. Freizeit Freizeitbad DÜB Jugendzentrum Neue Spinnerei In der Stadt sind mehrere Freizeitaktivitäten möglich. Hervorzuheben sind die kreativen und kulturellen Angebote der Neuen Spinnerei, die sich U.A. neben dem Annette von Droste-Hülshoff-Gymnasium auf dem ehemaligen Fabrikgelände der Firma Paul Bendix befindet. Dülmen verfügt über das Freizeitbad DÜB. Zudem liegen südlich von Dülmen benachbart zum Ortsteilhaus Dülmen, der Dülmener See und die Silberseen, die beide Bademöglichkeiten bieten. Einen hohen Stellenwert haben die Möglichkeiten das Fahrrad zu nutzen. Dülmen bietet viele, meist ausgeschilderte Radwege rund um Dülmen. Besondere Bedeutung hat der Wildpferdefang, der überregionale und sogar internationale Bedeutung hat. Alljährlich am letzten Wochenende im Mai werden aus der Herde Dülmener Wildpferde die einjährigen Hengste herausgefangen und versteigert bzw. verkauft. Dem Dülmener Sommer mit seinen verschiedenen musikalischen Veranstaltungen und dem Straßentheater kommen ebenso weitreichende Bedeutung zu. Weitere Veranstaltungen Bürgerfest Dreifaltigkeitskirmes Dülmen à la carte Dülmener Winter Frühlingsmarkt Kartoffelmarkt Viktor Kirmes Viktor Markt Volksrat Wandertag Dreifaltigkeitskirmes Schützenfest der Bürgerschützen Weihnachtsmarkt Straßentheater Wildpferdefang 1982 Jedes Jahr am 2. Januar Wochenende richtet die Fußballjugendabteilung des Sportvereins DJK Adler-Bolder 1919 e.V. das Hallenfußballturnier um den Adler Cup aus. Als bestes U17-Eintagesturnier in Deutschland genießt das Turnier, an dem neben der Stadt aus Waldülmen ausschließlich Nachwuchsmannschaften deutscher Bundesliga-Vereine teilnehmen. Weit über die Grenzen Dülmens hinaus ein hohen Bekanntheitsgrad. Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer sportlicher Veranstaltungen mit teils überregionaler Bedeutung. Hier sind zum Beispiel der von den Otternasen-Meerfeld e.V. organisierte Otternasen-Cup mit Hobbyfußballmannschaften zugunsten bedürftiger Menschen und der Nikolauslauf des TSG Dülmen e.V. zu nennen, dessen Erlös ebenso einem guten Zweck zugeführt wird.